Hey Leute und willkommen zu einem kurzen News Video, beziehungsweise Diskussionsvideo. Ich nehme das Video gerade am Mittwoch auf, ihr seht es am Donnerstag, ich bin echt noch in meinem Arsch, aber ich musste das Video kurz aufnehmen noch und ich wollte euch die Information noch mitteilen, ich wollte das Video aber jetzt nicht um 20 Uhr oder 21 Uhr raushauen, deswegen bekommt ihr es ja sozusagen heute Mittag, glaube ich, am Donnerstag und ja Leute, ihr habt das Samteile gesehen, ihr seht dieses Bild neben mir und what the fuck Bandanamco, what the fuck, wollt ihr mich verhaschen, wollt ihr, dass diese Tür da draußen nie wieder im Jahr 2019 zugeht, erst Jump Force, 15. Februar, dann kommt im April Super Dragon Ball Heroes, Alter, und jetzt wollte ich mir auch noch ein Action-RPG, also ein Rollenspiel, ein Open World Dragon Ball Z-Game dieses Jahr, Alter, dazu kommt ja auch noch ein Tokyo Ghoul Game, ein One Piece Game, leckt mich am Arsch, Leute, leckt mich echt am Arsch, wir gehen mal rüber auf die Internetseite, also, wo kommt das Ganze her, ihr seht es gerade rechts, und es ist bei mir heute der 16.01. um halb 8 am Abend, und, ja, ihr habt es gestern im Dragon Ball Legends wieder gehört, es war ein Scheißtag, aber ich lasse mir den Scheißtag hier nicht verderben, und zwar erstmal, wenn wir die Cam kleiner machen, blub, ich schieb mich mal einfach irgendwo hier schon in die Mitte, so, um was geht es, neues Dragon Ball Z-Spiel angekündigt, aber bevor wir jetzt irgendwas durchlesen oder so, ne, wo kommt das Ganze her, ist das wirklich angekündigt, ist das real, ja, ist es, what the fuck, es kommt vom offiziellen Bandai Namco Europe, sozusagen, ähm, Twitter-Account, ne, das ist schon mal ganz klar, großes Dankeschön übrigens, großes Dankeschön an die Community, die mir das, äh, gestern Abend in die Kommentare geschrieben haben, beim Dragon Ball Legends Video, und ich so, erst mal so, hä, hä, meint ihr vielleicht Super Dragon Ball Heroes, und da gucke ich mir das an, und dann so, ernsthaft, ja, aber Leute, nicht vergessen, ich will nicht nur auf diesem Kanal Dragon Ball, es gibt auch andere Anime Games, es gibt auch andere Let's Plays, ich bin jetzt nicht der Dragon Ball YouTuber, glaube ich, sondern wir machen alles, okay, alles, was lustig ist, alles, was Spaß macht, Anime Games liebe ich halt, ne, und da passt das mit Dragon Ball halt, da ich auch Dragon Ball liebe, und ja, wir gehen jetzt mal runter, wir sehen hier nämlich, ähm, vor 8 Stunden, also, am 16.1., kann ich hier ein bisschen ranzoomen, ich zoome für euch mal ein bisschen ran, äh, 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 so, mal ein bisschen ran gesucht, jetzt kann ich es lesen, genau, in 2019, in 2019, also dieses Jahr, kommt es noch, ne, ein neues Projekt, ein neues Game, was die Welt von Dragon Ball Z fokussiert, also jetzt nicht Dragon Ball Super, Dragon Ball GT, Dragon Ball, Dragon Ball Z, der meiner Meinung nach, beste Dragon Ball Anime, gerne andere Meinungen in den Kommentaren, ich finde Dragon Ball Z am besten, und, aber was es genau ist, ne, erfahr haben wir noch nicht, wir sehen hier den originalen Tweet, hier schön mit dem, ähm, Projektlogo, ne, das wird nicht das, so wird das Spiel nicht heißen, aber das ist so der Projektname, wie es gerade entwickelt wird, ne, und, ja, wann bekommen wir Informationen, wie und was das Ganze passieren wird, und zwar, am 26. und 27. Januar, also in kurzer Zeit, wir gehen mal rechts unten auf meinen Kalender, ähm, nächstes Wochenende, nicht dieses, sondern nächstes Wochenende, sind nämlich die Dragon Ball Fighters Weltturniere, Weltturniere, die Dragon Ball Fighters Turniere, ne, ihr kennt ja Dragon Ball Fighters von der Playstation, zum Beispiel, äh, und in diesem Turnier dann am 26. und 27. wird irgendwann inzwischen halt dieses Turnieres dann dieses Spiel präsentiert, also ein Trailer hoffentlich, ich hoffe nicht nur Bilder, sondern auch ein Trailer halt, und, ja Leute, ich werde euch dann sofort auf dem Laufenden halten, was da passiert ist, und so weiter, ich werde dann sofort ein Video raushauen, nächstes Wochenende, und so weiter, ihr werdet auf jeden Fall nichts mehr verpassen, wenn ihr diesen Kanal hier abonniert, ähm, man könnte jetzt manchmal echt schon denken, ich bin ein Bandananko-Fanboy, aber ich kann ja auch nichts dafür, die machen Dragon Ball, die machen Tokyo Ghoul, die machen One Piece, die machen halt die geilen Anime Games, die ich so liebe, ne, und da bin ich schon mega hyped drauf, ne, es gibt natürlich genug Internetseiten, die darüber berichten, ähm, ich kann euch ein bisschen was verlinken, diese zwei, diese Seite hier, und diese Seite wurden mir in die Kommentare gepostet, danke dafür nochmal, beste Community überhaupt, und ja, ein neues Action-RPG-Rollenspiel könnte Fanwünsche endlich erfüllen, es war ja leider, also ich finde wirklich, ich finde es schade, und traurig, und muss ich wirklich sagen, leider, das Super Dragon Ball Legends, äh, Super Dragon Ball Heroes Spiel wurde nicht von allen so positiv aufgenommen, ich bin ein großer, großer Sammelkarten-Fan, ich habe auch arschviele Sammelkarten, wir machen hier auch ständig Sammelkarten-Openings auf dem Kanal, ich bin ein riesiger Fan davon, leider waren viele nicht begeistert, denn, sie haben auf genau das hier gehofft, auf das Dragon Ball, äh, Dragon Ball Rollenspiel, auf ein Open World Spiel, auf sowas haben viele gehofft, jetzt, bekommt ihr das auch, und dazu, noch ein geiles Kartenspiel, als eigenes Spiel, es kann doch gar nicht mehr geiler werden, oder, es kann nicht mehr geiler werden, und ihr dürft auch nicht vergessen, Dragon Ball Fighters wird auch ständig upgedatet, ähm, Dragon Ball Xenoverse bekommt ständig Updates, und so weiter, ne, also die ganzen Spiele, Dragon Ball Legends, Dockhand Battle am Handy, und so weiter, ne, ähm, viele denken auf jeden Fall, es wird ein Open World Spiel, ihr könnt euch ja durchlesen, es sind alles nur Spekulationen, ne, die Frage ist auf jeden Fall an euch halt mal nebenbei, ne, was denkst du denn, was denkst du denn, wie wird es aussehen, wie wird es sein, was geht ab, ne, ähm, ich zoome auch hier mal ein bisschen ran, die Seiten sind halt so klein, ne, ich setze mich mal ein bisschen runter, hier kann meine Cam rumschieben, so, ja, also diese Internetseite zum Beispiel hat berichtet, also anime2u.de hat berichtet, Battle Amco Entertainment gab heute bekannt, also für euch gestern, dass ein neues Spielprojekt zu Dragon Ball Z in Arbeit befindet, sich in Art befindet, und das voraussichtlich noch dieses Jahr erscheinen soll, also 2019. Bei dem neuen Spiel wird es sich um ein Action-RPG handeln, mega, mega geil, viele sagen, es könnte so werden wie One Piece World Seeker, heißt das, glaube ich, ähm, das den vorläufigen Titel Dragon Ball Game Project Z trägt. Für welche Plattform das Spiel erscheinen wird, ist auch noch nicht klar, wir wissen noch nicht, Playstation 4, PC, Switch, Gamecube, Playstation 1, wer weiß, ne, Dreamcast, wir wissen noch nicht, für welche Plattform, aber, meine Meinung, wenn es ein Action-RPG ist, ne, kommt es, Playstation, Xbox, Steam, ganz sicher für alles. Viele haben sich mir auch gewünscht, dass Super Dragon Ball Heroes für die Playstation kommt, das Spiel hier, denke ich auf jeden Fall, dass es für die Playstation kommen wird. Und auch hier, wie gesagt, haben sie es nochmal übersetzt, am 26. und 27. Januar, nächstes Wochenende, wird während der Dragon Ball Fighters World Tour, also das Weltturnier, das Finale, ähm, wird das Ganze verkündigt, ne, alter, alter, ähm, im Zuge der Ankündigung gab es, gab der Publisher ebenfalls bekannt, dass es in Kürze neue Infos zu Dragon Ball Fighters geben wird. In Dragon Ball Fighters kommen natürlich auch Updates, wie eben vorher schon gesagt, also ihr dürft euch auch darauf freuen in 2019, ne, ihr könnt Dragon Ball Fighters weiterspielen mit neuen Inhalten, Dragon Ball Xenoverse, super, Dragon Ball Heroes, das neue Spiel hier eben, oder am Handy, Dragon Ball Legends, Dokkan Battle, alter, es gibt so viele Dragon Ball Games, und das Problem ist, Leute, das große Problem ist, das große, große Problem daran ist, ich will sie alle spielen, ich will sie alle spielen, ich will alle streamen, alle spielen, oh, ich denke 2019 wird ein hartes Jahr auch für mich, da das echt viel Zeit beanspruchen wird, ihr müsst ihr auch vorstellen, als, äh, YouTuber, Let's Player, bla, 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 man muss die Spiele schon auch ein bisschen können, ne, und, ach, das wird schwer, ne, beginnen wird es auf jeden Fall, Leute, vergesst nicht, dieses Wochenende, ne, 18.19.20. Ja genau, 18.19.20. ist die Jump Force Open Beta auf der Playstation 4 und Xbox One, ihr könnt an diesen drei Tagen zu bestimmten Terminen kostenlos Jump Force spielen, das am 25., äh, 15. Februar, 15. Februar erscheint, also, da auf der Endcard gibt es jetzt noch ein Video mit den ganzen Infos, und ich werde euch auch nochmal auf die Endcard das Video von Super Dragon Ball Heroes klatschen, das am 5. April zu uns auch nach Europa kommt, man kann es schon auf Amazon vorbestellen, bla, 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 falls du das Spiel auf Amazon bestellen willst, also Super Dragon Ball Heroes, nutze gerne meinen Link, der in der Videobeschreibung ist, ähm, der führt dich da hin zu dem Dragon Ball Legends, äh, Super Dragon Ball Heroes Spiel, ähm, wenn du da drauf drückst und mit meinem Link das bestellst, wenn du es auf Amazon bestellen willst, bekomme ich ein paar Cent davon, das wäre sehr nett, du zahlst dafür nichts mehr, aber nur, wenn du es wirklich auf Amazon bestellen willst, kannst du doch gerne woanders kaufen, ich sag, ich wollte es nur erwähnen. Auf jeden Fall, Leute, äh, äh, ich bin bald, glaube ich, bei den Videos, wenn ich so, hey Leute, sage und dann, was wir gerade spielen, ne, denke ich, dass ich dieses Jahr 2019 sehr durcheinander kommen werde, ne, spielen wir gerade Jump Force, spielen wir gerade Super Dragon Ball Heroes, spielen wir gerade das neue Dragon Ball Z Game, oder was auch immer, das wird ziemlich schwierig, Dragon Ball Legends, Stalkart Battle, Dragon Ball Fighters, Dragon Ball Xenoverse Mods, pfff, Leute, lass auf jeden Fall ein Abo da, um nichts mehr zu verpassen, ich halte dich immer auf den Laufenden, und sobald hier zu dem Game neue Informationen kommen, werde ich natürlich, Leute, sofort ein Video raushauen, und, ey, ey, ich freue mich wirklich, wirklich hart, auf ein Dragon Ball Z Rollenspiel, ne, da bin ich ein großer Fan von, gerne jetzt mal deine Meinung, und deine Ideen, wie genau, oder was genau das Spiel sein könnte, jetzt in die Kommentare, ich bin sehr gespannt, und nächstes Wochenende, also nicht dieses, aber nächstes Wochenende, sehen wir dann, was es wird, vielleicht, ne, ich hoffe, es wird ein Trailer, und nicht nur Bilder, ich bin fucking gespannt, ich bin echt gespannt, aber wie gesagt, ich bin auch auf andere Spiele gespannt, auf das Tokyo Ghoul Spiel, was dieses Jahr erscheint, mega gespannt, auf Resident Evil, mega gespannt, ne, ich bin auf sehr viele Spiele gespannt, und wir spielen auf diesem Kanal auch sehr viel, ne, deswegen, wie gesagt, sehr viel Abwechslung hier, wenn euch zum Beispiel Dragon Ball Legends aus irgendeinem Grund langweilig werden sollte, habt ihr auf dem Kanal genug, andere Videos euch anzugucken, ne, es kommen täglich mindestens zwei Videos, außer es gibt irgendwelche Probleme, also, ihr verpasst, also ihr habt hier echt Spaß, denke ich, ne, ich bin echt Spaß, Leute, und jetzt auch eben, deswegen wünsche ich euch noch viel Spaß, später kommt noch ein Dokkan Battle Video, freu dich drauf, hau rein, wie gesagt, lass ein Abo da, und ciao. Sous-titrage ST' 501 Untertitelung des ZDF, 2020